Ist hier vielleicht ein bisschen Erz? Ja, da. Ey, der wollte an den Rand anfangen. Ich kann Blumen pflücken. Das ist Jute. Raw Jute. Meine Güte. Oh, das ist ein Squirrel. Jetzt ist es weg. Das war viel zu schnell für mich. So schnell konnte ich gar nicht reagieren. Du hast noch ein Squirrel. Ich habe Erz. Ja, ich habe Squirrel getötet. Meine, äh... Ich habe gerade irgendwie einen Bug. Ja sehr. Schon erledigt. Ich hatte jetzt nur die Spitzhacke geradeaus vor mir die ganze Zeit in der Hand gehalten. Und man hörte das Abbaugeräusch, ob es passiert ist. So. Laufen wir eigentlich hin? Lass mal die Quest abgeben. Ja, das machen wir. Das wäre sinnvoll. Und deswegen machen wir es nicht, glaube ich. Nee, glaube ich nicht. Springen! Ich bin der König der Welt! Lerner, viel zu. Wey! Ein Hase! Wo war ein Hase? Ich habe gar keinen gesehen. Guck mal ein Baumstamm. Voll cool. Habe ich noch nie gesehen. Nee, das kann man nicht abbauen. Was? Das ist Baumstamm auf dem Boden. Das ist Baumstamm. Das ist Baumstamm. Das ist Baumstamm, ey. Das ist Baumstamm. Voll krass, ey. Übelst Hardcore. Das ist Baumstamm. Nee. Kannst du das hier benutzen? Äh. Nö, ist nicht. Ist das leer. Bei mir ist es nicht leer. Bei mir steht, äh, benutzen. Nö, ist leer bei mir. Ja. Der Typ war Level... Jo, ich auch. Level Up! So. Stamina erhöhen. Definitiv erstmal. Mach ich auch. Hm. Äh. Ja, so. E erstmal bestätigen. Abilities. Critical Charge. Rife. Machen wir mal. Ist das? Instant. Dazu brauche ich auch einen Gegner. Mein Schmetterling. Kann man den hier auch zerlegen? Der Schmetterlingklügel. Ja. Insektenteile heißt das aber nur. Ist ja langweilig. Schmetterlingklügel. Da ist noch einer. Nimm noch. Ist ja ein Hasen. Wurmfood. Wurmfood. Wurd. Hier sind noch mal ganz viele Schmetterlings und Hase. Der Hase. Ah ne, das sind keine Schmetterlings. Und das kann man auch nicht nehmen. Sind... Böses. Böses. Glühwöhmchen. Ach komm, ich ermorde die Frau. Ist ne Quest. Ja, ich weiß. Wir müssen da... Oh, der steht ja hinter mir. Achso, das ist der. Ich hab den Typen gar nicht gesehen, als ich da gelaufen bin. Oh, kann I speak to me? Yeah, that's really cool. Danke. Auf Wiedersehen. Again. Ich hab den Typen gar nicht gesehen. Ich hab den Typen gar nicht gesehen. Ich hab den Typen gar nicht gesehen. Wie ist das denn jetzt hier? Ah so, ist mal irgendeiner. Ah... Baaah. Baaah. Abdeein. Da haben wir ihn fast hin. Wo müssen wir hin? Da haben wir noch hin. Lauf, lauf, lauf. Siphoning Inquist 2. 1. Ist noch mal Erz hier. Oh mein Gott, ein Sklats. nein lauflich zu gefährlich du kannst du es nicht schaffen warte ich helfe dir wobei ich hab dir auch voll geholfen ist ein skelett der kann mich nicht sehen wenn ich geduckt bin oder kann mich auch nicht sehen weil der grad gegen was kämpft nur kann es doch trotzdem ist nicht lustig muss und darauf haben wir was wir gerade gespawnt ist erst mal ein bisschen pieksen in den rücken zu händen auf fünf wir müssen auch da ich folge auf schritt und tritt du wirst mich nicht los ich bin doch offline du kannst mir nicht voll was auch stimmt wo bist du sehe ich nicht mehr leckte fack hier läuft einer an buchse rum nur ein buchse ist er denn eine hose bekommen wie hobo mäßig sieht er denn aus nur ein buchse hier gegen trennen hier müssen wir sommer noch mal ich wollte das wo bist du hier ach so da wo rennst du denn hinter dir ich habe ein pfeil überm kopf du bist genau in der falschen richtung wie kein pfeil menschen skinner ist wie ein kleines kind wo ich dich an der patsche annehmen da hinten muss du hast du mir keinen pfeil übernach kommt weil du offline bist auch allein du bist offline deswegen sehe ich deinen kopf war nicht jetzt glaube ich gerade gestorben hier da musst du hier quester machen gut dann wie log ich mal ganz fix nicht städten geht darum jetzt habe ich wieder jetzt bin ich auf einmal online herrte ich runterspricht wo hier kann ja auch unterspricht wenn ich das ist schön wir müssen legen ich habe ihren weg die kannst du da und jetzt wir müssen zu zweistellen korrekt die jetzt nun so was wir müssen steiner sammeln die die gegner reagieren ein bisschen schwierig ein bisschen langsam das ist cool ich habe zwei fähigkeiten eine die mit stamina ist mit ausdauer genommen wird und eine die mit magie genommen wird das ist eigentlich folge ich habe eine die macht schaden die macht schaden durch heilung ja beide machen wir haben durch schaden wo ist denn dieser wie komme ich in der hoch stein aber ich weiß gar nicht wie ich da hochkomme ich auf die straße gucken auf die straße ich glaube die straße du nicht oder ja ich muss erst mal irgendwie auf die burke hoch war wo erz und meiner macht viel mehr spaß noch nicht war eigentlich weil er total ja diese tag mal gucken ob wie viele hits ich brauche ja da können wir hoch sie geht ja renne einfach hin so viel zu nie gesagt und trotzdem wurde von mir ja dann hallo loot doch geht doch ich komme doch mehr erz hast mich bei mir nein ist meins oh lag ich hab ein lag weil ich bevor der lag zu ende ist wie du vom angerannt kam so wir brauchen drei runen steine werden und nur betöten wo war der blut für mich durch dich mal und versuch mal hinten attack ist ja schon gemischt ist doch eigentlich machen naja viel das abgezogen definitiv normalen schlag denn jetzt gedruckt mittelbau den bogen wie sieht der denn aus dem kam stacheln aus dem rücken blübchen flicken und schmetterlinge butterfly das ist alles viel wichtiger oh hier sind zwei skelette schaffst du schon du bist doch schon ein großer junge oh die machen bodeneffekte das bist du gar nicht ich bin schon lange weg ja das merke ich kollekte jetzt einen der runensteine ob das auch für dich zählt also typisch liegt geradeaus zu mir natürlich kann ich da ganz schlecht mich anschleichen na super der drecksack portet sich mensch jetzt würde ich gern fußt roda machen da wird er wegfliegen nicht mehr mal denn da und das sind mal der weg porten genau deswegen sind sie da runter gefallen dann nehme ich mir den runenstein oder auch nicht hallo wenn du da am rand stehst kannst du lange warten kannst du den angreifen normaler fähigkeit habe ich nicht ja klar und ich kann ihn von hier oben aus looten der nächste einem der next oh guck mal warum kann ich den ja looten ist das mir ein essenz rune klar collect snake und eagle rune mal komm mal warte auf mich oh ja genau du hast mich gespürt mori ich war angesprung wo der wird von skeletten verfolgt mal ein bisschen helfen haben wir auch was von das nicht gut dass der macht auch gesamtglut wenn da mehrere sachen sind gut der die auch alle gleichzeitig ja wie der abgeht wenn die alle angreifen kann ich schon habe ich bekommen ich habe nichts bekommen bis jetzt mehr so aber egal so jetzt ganz oben collect eagle also die adler also ich dachte du brauchst den eagle ist doch schon ein looten einfach ja ui jordan na mal raus rankommt hier müssen wir nicht mal was machen weil die das Vieh schon gekillt haben ja guck mal jetzt direkt das Spawn schon hey was soll das denn das ist aber unhöflich einfach hier hinter uns zu spawnen wow zum Glück hast du mich dabei ich bin glaube ich ein bisschen stärker weil du gesneakt eigentlich angreifen solltest unwahrscheinlich du hast wahrscheinlich mehr Punkte dann auf die Sachen wenn du schleichen angreifst so da oben sollen wir jetzt die Dinger platzieren da rennt da wieder so einer was ist das denn hier war wieder eine Eule oh der Speer ist ein Level gestiegen der ist voll gut ey der Speer was ist das denn hier hä ne Rune meine Rune what the fuck Denata da steht noch jetzt ist er weg wasser was das denn äh mal gucken wäre es aber komisch ne auch so Ingredients zum Arbeiten oder wie ja das ist irgendein Material ich weiß auch noch nicht jetzt glaube ich für was jetzt Translation Denata Aspect Improvement was du alles machen kannst dann ja Kraft Alchemie kann man auch einfach so arbeiten oder muss man da ich schätze mal muss man wie am Feuer sein ja kommt drauf an was muss wie sieht er denn aus es ist so ein Pet ist das ehrlich cool also war's dann Was gibt der mich denn so an? Bäh, 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 bäh Ja, ist gleich noch einer Ach nee, das war der gleiche Guck mal, was ist hier? Der sieht ja nur komisch aus, als er umgefahren ist Hallo, Luia Ich kann auch leuchten Ja, jetzt kannst du auf einmal die Insekten sammeln Eben konnte ich das nicht Konnte ich schon eine ganze Zeit? Ich konnte das nicht Hm, komisch Ja, es ist gut, dass wir das zu zweit machen, da geht alles ein bisschen schneller Ja Musst du dir auch platzieren, oder reicht das, wenn einer von uns beiden die platziert Nee, ich muss auch Ja, gut, dann muss ich dir auch noch platzieren, ich sehe es gerade Ist das Eis geschmolzen, jetzt können wir rein Ich hoffe, wir laufen da drin zusammen rum Ja Er hat mal erzählt, ja, tun wir Alles klar Ein Britzeln da Britzeln? Oh Der sagt mir, wir sollen was killen Bin ich immer für What the fuck Mich haben wir vorweg geflogen Das ist so eine typisch alte Nordruine Erstmal hier lesen, vielleicht lohnt es sich's Kann ich nicht Kann ich nicht Toll Tolle Spiecherregal, sind auch durchsuchen, aber kannst du nicht Lockpick Natürliches Wasser Was zu lesen Hast du das jetzt angegriffen? Ja Ich hab mich erst mal im Raum umgeguckt, deswegen war ich jetzt irritiert hier ist ja noch jemand anders hallo jetzt mal umgucken hier stehen ein paar uhren und sowas rum hier komme ich nicht durch hier sonst nix doch aber die sind ja alle die nicht dann können wir eigentlich alle müssen hier scroll of banishment habe ich mir eben schon durchgegeben seht ihr auch schon angeguckt ja die rolle dann wieder raus macht stoß für back hardcore wir müssen mit das da reden die leute rum die sind alle einfach nur verwundet ich krieg ein schild aber ich will kein schild darauf schild ich blocke eh nicht ich greife immer nur an so was jetzt was machst du da war nix ja das habe ich gesehen auch holz gefunden gar nicht mein ziel besser meint das besser gar nicht meint das am besserigsten nix ist besser als mein holz ich habe auch blumen gefunden sie ist am doppelt dreifach besserigsten auch du bist schmutzfink doch immer dass die blumen schlawiner schlawiner ein obdachloser skelett ach jetzt wird runter gesprungen und beiden gebrochen nur ein bisschen angeknackt hier springe ich auch mal runter und du siehst du fürs runterspringen werde ich belohnt echt ich mag das nicht jetzt und zwei das wollte ich jetzt machen aber ich bin jetzt in vorgekommen hat der krone gefällt das heute lass mich mal an die runde sammeln dann habe ich auch eine was er macht er sitzt mit dem besser einfach davor und macht gar nichts ich habe tage ich habe einen erfolg bekommen weil ich so viel holz gefunden jetzt schon wie viel holz hast du denn gefunden was weiß ich einmal aber jetzt habe ich es auch bekommen node harvester ein WULF oh ja das war sehr effektiv ah aber was bist du denn rennt auf mich zu und freut sich ein Keks hallo MOLA I know started underfoot ich hab ne neue Quest gewonnen die alte hier hat ne neue Quest hast du die auch mhm wir sollen dir folgen ah Blümchen hier du darfst auch mal Blümchen pflücken na drüben hhhhh hat er oh man nicht mal Blumen pflücken kann der Junge was ist das denn da ist das auch ne Blume zum pflücken ja ja boah jute wo ist denn die Blume blessed ja wir folgen dir doch alter lauf wir folgen dir fast perfekt oh guck mal da ist ne Blume ist nicht sehr unauffällig was ist das denn da für so ein eine Butterfliege und eine Blume ist die auch aus Butter? weiß ich nicht ist das denn das ist das denn